Hallo liebe Hörgemeinde, mein Name ist Jakob Gauch, ich bin Besitzer dieses Lahrens und meines Zeichens Hörakustikmeister und ich möchte Ihnen heute den Hörtest und den Ablauf sowie die Durchführung näher bringen. Und das werden Sie gleich in dem folgenden Video detailliert mitbekommen. Irgendwie ist es schon so ein bisschen mit einem Schamgefühl verbunden, Hörgeräte jetzt verpasst zu bekommen, aber ich fühle mich hier sehr wohl bei Jakob Gauch und ich bin wirklich überrascht und erwartungsfroh zu sehen, ob er mir wirklich helfen kann, Hörgeräte zu geben, damit ich wieder ganz normal kann. So, schau mal, dann fangen wir auf der rechten Seite an zu messen. Sie hören jetzt erstmal einen hellen Piepston und ganz wichtig ist, dass Sie mir Bescheid sagen, sobald Sie den Ton minimal wahrnehmen können. Und dann machen wir von hell zu den tiefen Tönen. Und jetzt beginnen wir. Und hier auf der linken Seite sehen wir praktisch ein ähnliches Ergebnis, also einen leicht bis mittelgradigen Hochtonhörverlust. Das heißt, dass die hellen, scharfen Konsonanten nicht mehr deutlich genug wahrgenommen werden. Das hat nichts mit dem Hören generell zu tun, sondern eher mit dem Verstehen. Ja, wenn ich das jetzt so sehe, liegt das jetzt auch daran, dass wenn ich zum Beispiel am Telefon einen Namen verstehen will, dass ich den immer wieder verwechsel. Vollkommen richtig. Das ist genau der Grund dafür. Sie hören den Namen, aber das verstehen mitunter. Also zum Beispiel, ob jemand Brand oder Franz heißt. Und das sind hier die hellen, scharfenes K, das F, das S. Und alles oberhalb von der Kurve ist dementsprechend nicht mehr oder nur noch leicht wahrnehmbar. Da wird mir einiges klar. Ja, genau. Und das ist oftmals so ein Missverständnis, dass man denkt, es hat was mit dem Hören zu tun. Aber ganz im Gegenteil. Sie hören alles, nur das Verstehen ist mitunter etwas in Mitleidenschaft gezogen. Ja, mir ist hier echt ein Stein vom Herzen gefallen. Ich bin auch froh, dass ich das jetzt endlich angegangen bin. Und mir ist jetzt auch einfach klar geworden, warum ich zwar was höre, aber nicht verstehe. Und das hat er super gut gemacht, der Herr Gau. Der hört, es ist gemacht. Alle näheren Sachen erklärt und erläutert. Und jetzt geht es praktisch zu meinem Kerngeschäft, der Beratung. Und das sehen Sie im nächsten Video. Und das sehen Sie im nächsten Video.